Ja, Chris muss doch zurückkommen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Chris, bist du an der Brücke? So? Warte. Was hol ich denn hier ab? Ich hoffe, das ist die richtige Brücke. Ja, da ist nur eine. Da müsste nur eine sein. Äh, ja. Ja, warte, ich spring runter. Ich spring runter und steig hoffentlich rechtzeitig ab. Ja, du bist genau von mir geflattert. Hier kannst du gleich... Oh, da ist ein Wolf drauf. Lass mich einfach hochlaufen. Wo sind die Racks jetzt? Da drüber. Ich glaube, ich sollte die Juden. Komm, ich helfe. Die werden wir halt nicht einzelnen nacken können, aber... Oh, da sehe ich einen Fuß. Da kommt noch was von oben. Warte mal, da guck dich das. Ja, der ist ein 360er. Ja, den sollten wir gleich mal anschießen. Warte, ich mach mal mit der Longneck. Also her, komm. Oh Gott. Noch ein blauer. Warte mal. Warte mal. Da sind drei Racks, ja. Ich hab denn eine kommt, Fabi. Du siehst nur frei rum. Oh, die kommen alle drei, glaube ich jetzt. Was ist der dritte? 24. Der ist auf dem Töten, ne? Ey, da kommt ja nichts. Hier, der NM1. Die hab ich doch gerade angeguckt, oder ne? Wahrscheinlich ist da ein anderes Viech da hinten noch. Wo jetzt? Wir müssen hingelaufen. Hier, Marco, hier sind die. Oh Gott, sind das viele Viecher. Der gelbe... Ein gelber ist auf jeden Fall der 60er. Ah, da gerade zuhören. Ah, der 60er ist hier, der linke, der beim Kano steht. Der ist da auf der 50er. Nee, der, der beim Kano steht... Der auf der 50er. Also bei mir wurde da der 60er im Scope am Sight. Und wie verbleibt, haben wir ohne? Wo seid ihr da unten? Hier, wer... Klar. Da verdunst du ihr Thema auch. Klar. Alter, hier ist ein riesiges Rudel. Oh, Leute, wir haben 1500 Meter. Oh, der scheiß Kano, Alter. Ja, der, der stimmt nicht. Da drüben. Oh, da kommen noch zwei von rechts. Das ist der 60er, das ist der 60er. Ich geh auf den 60er gleich. Welcher jetzt? So, dann mach ich den auf den 50er. Der ist sims, da wird draufschießen, da. Oh, fuck, Alter. Wie viele Kompis. Ach man, ey, jetzt kommt. Mal müssen aufpassen, ey. Da liegt dran und man sieht die Zahlen. Ohhhh. Was hat er hier für ein Level, der große hier? Ich brauche mal ein bisschen rechts. 54. Die 54er wollt ihr auch? Ne, ne, 54 nicht mehr. Die 24er, der muss... Hier ist ein 60er, hier ist der 60er. In was greift man zum Viecher? Ja, der 60er. Ja, ich bin schon dabei. Da kommt noch ein Rex dazu. Hier ist der 60er, der hinter mir hinter... 54er auch noch, Alter. Aber ich will einen 60er zuerst mal haben. Ich glaube, wir sollten mal die wegmachen, die jetzt Crab sind. Ja, kann... Ich stelle den unten hinter die Base. Man klebt... Ne, ich meinte da nicht. Ich meinte da nicht, Rex. Ich meinte die Rexe, die was hier Crab sind. Die übertreiben wollen. Ja. Mal auf, mach, leg dich um. Der hintere Rex, den kannst wegmachen. Ey, der Graue. Graue, ja. Hilft mir einer beim 60er? Jo. Ich kann mir auch ganz 60er fahren. Ja, ich würde den Cardo da nehmen, als Fußtier. Okay, okay. Oh, hier kommt Gegner! Oh, krass. Leute! Hallo! Sasun! Ja, Korn, mein Lieber. Boffmog, sag was! Bei Boffmog, warte, ich werfe Granaten rein. Das war ich mit den Granaten. Wo, 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 wo? Alles Wölfe! Alles Wölfe, ja. Das sind alle Spieler! Alles Spieler, ja, ja. Boah, fuck, ich bin halbleibig seit Abbau. Ich hab den Eindruck... Oh, der hat meine Rüsten down. Ja, hier noch da... Auf der Seite... Oh, auf der anderen, ne? Na, ich werde angesniped. Scheiße, ich hab ja nicht mal den Oberteil. Ja, ich muss auch passen. Ich weiß nicht, von wie aus wo die Base ist. Ich, ich bin... Die ist mit den Scheiß-Jobkins auf dem Rexiter. Da hat er... Nein, mit 2, ey. Ich hab einen... Boah, fuck, ich muss abhauen, Leute. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen, mein Kornow reckt sonst. Ich bin auch krank wieder da. Ich muss auch verbrechen. Alter, was ist denn los? Wir haben zwei Rexiter. Hä? Wir haben einen Rexiter. Es ist Kingdom gewesen, Alter. Warum einen nur? Mit 8 Rexiter auf meinen Wölf... Ach, auf meinen Rexiter. Ach, mit 8 Rexiter. Ja, die waren komplett... Ich bin hier... Ich bin hier... Keine von uns. Ja. Leon, da brauchst du nicht hingehen. Da sind 8 Wölfe beritten. Ja, und? Da ist ein 60er und 8er. Man, Alter. Genau da müssen die jetzt kommen, Alter. Naja, ist doch klar. Die haben die Damage-Zahlen gesehen. Warum sagt Bob, mach du nix, Alter? Gibt's doch nicht. Hätten wir doch viel früher sehen müssen, Alter. Ich hab erst gesehen, als ihr bei ihm unten an den Füßen standen. Ja. Ja, das ist halt gescheiß. Wir haben halt gute Tiere verloren. Wir müssen unsere Tiere nach oben bringen, sonst... Ich hab einen Wolf von denen auch gekillt. So, aber... Die sind alle übelst blutige. Hättest du nur mit dem Shotgun drauf belangen müssen, Alter. Ich hab die mit Granaten halt schon gut erwischt. Ich hab auch schon mit Shotgun reinballt. Ja, deshalb war er auch unsere Rechsen gekillt, wahrscheinlich. Ne, ne, ich hab extra davor geschmissen, also... Oh, ich muss die recken, mein... Dings ist sonst tot. Mein Kano. Ey! Mann! Bist du was mit dem Kano hinter mir? Ne. Aber das heißt, sie bauen vielleicht hier irgendwo. Ja, wir müssen jetzt... Ich hätte an einer Stelle wirklich, ähm, kurz... Als du gemerkt hast, hast du verreckt, vielleicht noch wirklich Nails versuchen reinzuwerfen, und dass du dann noch... Also lange halten und dann... Irgendwie den aufs Gesicht werfen. Ja, das konnte ich halt nicht. Ich hab halt gerade einen noch gekillt, so einen Wolf mit dem Shotgun. Und dann sind auf einmal alle zu mir hergerutscht, Alter. Ich hab alle gesehen. Kann ich nicht wissen. Ey, wie viele waren denn von uns da? Jo. Vier. Ja, wir waren zu viert. Wir waren zu viert, aber... Und die waren, glaub ich, mit allen da. Ja, bei mir war's zwei wilde Rechse, das sind auf mich und die Wölfe von denen. Ja, die Wölfe sind immer krasser, ey. Guck, die sind Wölfe. Nur wegen der Masse, oder? Die sind mal ein Social Code. Ja, die waren Social Code. Ne, aber die Masse halt. Ja, das Problem hier ist ja ein Rudelbonus. Das stimmt, diese... diesen Rudeldingz da. Hä? Ihr müsst die halt bohlen, ne? Dann haben die halt gelitten. Was ist denn hier mit, äh... Es werden noch zu wenig Leute, dass wir alle Bohnen... Ach, kriegen die auch Rudelbonus mittlerweile? Ja, klar, ja. Ja, sie sind ja noch stärker als selber, ne? Ähm, wir sollten mal gucken... Ja, aber die haben keinen Zettel. Wir sollten mal gucken, dass wir Dings machen. Äh... Dass wir noch... Dass wir die Rechse reinholen. Ja. Ja, reicht's. Naja, aber warte, erst wieder neue Craften. Er macht aber schnell mal, oder? Weil sonst kommen die anderen da und... Na... Ja, ja. Die Rechse sind tot. Einer muss gleich mal runterkommen, oder? Ja, ich geh unten, würd protecten. Ja, ich geh unten, würd protecten. Die Rechse, dir folgt ein Kano. Ja, der weiß ich, aber der andere ist irgendwie... Wo ist der hin? Ich schwör, das Follow ist so behindert. Ich sitz, ich sitz extra auf dem Rex, wenn sie kommen. So, was brauch ich jetzt hier für das Kack zu machen? Gegen solche Massen musst du halt echt Granaten benutzen. Na, hab ich ja. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Der hat mir mehr Schaden macht, wie denen wahrscheinlich, oder? Ja, du musst halt... Die wirklich sexy... Du musst halt genau wissen, wie... Nach wieviel Sekunden die explodieren. Und dann genau so werfen, dass die genau instant in den drin... Ja, das geht doch nicht, wenn die vor unseren Rex stehen, so. Ja, aber... Wie willst du das machen, dass unsere Rex keinen Schaden nimmt? Ne, ne, da musst du... Acht Rex erwischen. Da wirst du dann sehen. Also ich hab extra so geworfen... Die standen ja nicht alle unter den Füßen am Rex. Die standen auch weiter weg. Ich hab da durch meine Rüste verloren halt. Ich bin noch... Ich konnte ja nicht rauslaufen, so. Weil die backen ja einen ein, so, mit den Wölfen. Die sind jetzt am Tor unten. Nein, 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 wir bleiben warten hinten. Die sind am Tor unten. Ja, dann können wir halt runter snipen. Und Granaten runter schon mal? Ach nee, dann kriegen wir eigentlich starten. Nein, nicht snipen, Junge. Da nicht gegen acht Leute. Wir müssen die Wölfe da umbekommen. Wo sind die Tore dann? Wir können die doch von hier oben runter snipen, meine ich doch. Das ist das Problem. Ja, let's go. Wo werden Granaten runter? Ja, dann kriegen sie aber die Tore schaden. Ja, Junge. Wenn dann so ein Wölfe. Ja, wir müssen jetzt da runter halt eine Reihe mit dem Rex. Ja, eh. Ja. Oh man. Deinen Wölfe ist schon gut. Ich renne sie. Die rennen, die rennen schon wieder weg. Echt? Ja. Also sie drehen gerade um, weil da... Weil sie nicht wissen woher. Ja. Jetzt pass auf. Die kennen den Spot, die bauen da selber immer drauf, ne? Deine Stunt geht hoch. Ich hab den 3x getroffen. Der hat meine Fuse weggeschossen. Ich ne, ich hab ne Longneck genommen. Boop, wo gibt die Kisten drunter? Ah, doch, boop, ey. Ich werfe Granaten auf die Spieler. Ja, jetzt gibt's ein Geschuss von oben. Ja, jetzt gibt's ein Geschuss von oben. Ey, stehen hier denn? Wo stehen sie hier? Die stehen vor dem Tor. Vor dem Tor. Was ist neid für die denn, oder? Jetzt wirft er Granaten hier hoch. Sein Ernst. Die versuchen Granaten hier hochzuwerfen. Ich stehe. Ey, ich brauch ne Piste mit dem Scope, Mann. Ich hasse die Scheiss noch nicht. Ja, lass mit den Rexen runter. Nein, nein, nein. Warum werfen wir da Kisten runter? Ja, okay, stimmt. Mit den Dings mit der... Eigentlich müsste man mit den Rexen da runter, ja. Aber dann rennen die halt auch die ganze Zeit schnell weg. Ah, die sind drin, die sind drin, Luke. Pass auf. Die sind drin, die sind drin. Okay, alle auf die Rexen. So, 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 so. Corny, geh auf. Ich pull die grad hoch. Ja, Corny. Du musst auf und spieren, wie das denn? Hey, ja. Du brauchst keine Waffenbahn. Ja, du brauchst keine Waffen, wenn die auf die Wechseln. Leute, die kommen. Die sind alle hier bei mir. Alter, acht Stück oder so. Ja, wieso bist du denn auch alleine? Oh nein, die hab ich... Oh, zum Glück. Ja, wieso gehst du auch alleine runter? Weil ich die von oben mit Granaten schmissen hab. Hey, ey, ey, ey. Passt schon, passt schon. Die kommen. Da vorne steht ein Rex, Alter, ein Unbesatz. Ja, Null, Null, komm runter runter runter. Ja, ich hol mir den, ich hol mir den. Runter drauf, runter drauf jetzt doch. Oh nein. Ja. Hey. Halle jetzt runter, wenn ich kriegst. Ja. Fangen wir... Rennen, Rennen. Nee, die hauen doch ab jetzt. Okay, nice. Ja, Null, komm. Ja, Null, komm. Den kriegst du ja eigentlich viel schneller. Ja, Null, komm. 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 Null, komm, Null, komm, Null, komm. Ja, Null, komm, Null, komm. Null, komm, Null, komm, Null, komm. Die sind alle hier oben drauf. Wo soll ich? Wo soll ich? Wo soll ich? Ich werfen Null, die kriegst du noch her. Äh, wie ist denn, wie ist denn? Wo ist gestorben? Ja, ich bin überwunderte. Kein Schaden, Scheiße. Die werfen Null noch weiter hier. Ja, du. Ja, du. Die sind oben, die sind oben am Stein. Ja, ich bin da oben drauf. Ja. Ich komme mit dem Rex. Die kommen wieder rein. Ja, die springen runter. Ja, die springen jetzt mit der... Deine Wolf ist drin. Deine Wolf ist drin. Deine Wolf ist drin. Oh Gott. Oh, es lag wie... Es fahrt, Mann. Geh zurück, Conny. Geh zurück. Ich komm mich hier nicht weg, Conny. Geh runtergesprungen. Geh weg. Geh weg. Ja, mit Rex kommst du eh nicht los. Doch, wir sind schon draußen. Also Fabi jetzt. Oh, Fabi, du bist alleine raus. Oh, ich komm mit. Ich komm, ich komm. Wie ist drauf? Wie, der kommt weg, Alter? Ja, das ist funkt. Oh, es kommt. Aber der kann nur... Der kann nur springen damit. Oh, Granate. Weg, 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 weg. Ich hab einen gebohlen. Ist da wieder wer? Der Leander ist hier zu Fuß. Hab einen gebohlen. Wo, wo, wo? Der, der ist da unten gesprungen. Der kommt glaub ich... Die Klippe da nicht weg. Ja, der steht da unten. Ich komm mit dem Rex. Ich komm mit dem Rex. Ey, der, der ist nackt. Der ist nackt. Mach du den, ich mach den Wolf. Mach du... Ich dachte den Spieler... Ja, ist tot. Der ist tot, der Wolf. Exil, weiter ist dann abhängig. Wo ist der Spieler? Weiß ich nicht. Hier sind noch 12 für 2. Ja, die kriegt dich. Hat er nur Zug gebaut? Nö. Ja, nicht, dass die oben unsere Bay springen jetzt. Ich komm mit dem Rex. 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 Ja, ja, ja. Ich geh zurück. Aber warte mit Zubauen wegen... Ich bin unten bei dem Rex. Ich muss in die Rex auch wieder rein. Da rechst. Da rechst. Ich bin gleich bei dir in den Rex. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Wer will noch fighten? Kommt mal mit. Jetzt ist sie jetzt noch fein. Du rennst wieder runter. Hab ich doch. Hab ich doch. er kommt in die Wölfe Alter die haben Loot in den Wölfen und das nicht schlecht damit ist egal habt ihr gehört ja die haben unseren Loot Junge, Junge ist legged! und den Racken, ich werd gebumst ja die hauen ab stimmt die werden... da rennt einer zu Fuß, da rennt einer zu Fuß, da hinterm Baum er snipet auf mich, ich bin fast tot der Wolf will nicht verrecken Junge, er will nicht gewohnt werden der Server legged halt nie die hatten gerade über... ey zurück, ich bin fast tot, Alter was, was, was? da, da kommen gleich Savers da hinten wird ein Spieler, Alter die hatten gerade über 600 gebranntes Metall drin oh, wer ist denn das da, bei Fabi? ja, ihr müsst uns helfen da ey, ich muss Hochrüstung reparieren und ich bin fast tot, ich riskiere das jetzt nicht ich muss mich auch zurückziehen, ich bin knapp tot das ist doch super, wir haben jetzt voll viel gekillt, ey oh, da ist noch ein Wolf, ein Blauer kommst, kommst zu mir mal, kommst zu mir mal ja, warte, wo bist du? da ist der Blau... ja, hier sind die, hier sind die alle bei Sasun ich muss zurück, ich muss zurück ich brauch Starmin, dann komm ich hat wer Fallschöne, für mich zufällig? ja, hier, ich hab zwei Stück hab ich ja, pack mal rein, dann kann ich gleich runterjumpen oh, danke oh, er fasst tot, scheiße, ich muss weg nur das mit dem geboulert und... oh, ich bin schon auf dem Dill, ich bin da auch durch dann geboulert und können trotzdem springen? ja, ja, das ist bei Weck mal richtig fair ja, dann zieht euch zurück, Sasun der hat nen Headshot, der hat nen Headshot, der hat nen Headshot ich will jetzt halt auch nicht sterben ey, hier der Blaue... ist noch jemand zu Fuß und möchte nen Rex? nein, nein, nein ich ja hier, dann nimmt meinen ich bring schon das Zeug weg, die hat ein über 600 gebranntes Metall drin, warte? Okay, schnell den. Jetzt. Ja, das kommt von uns, ne? Dass wir gerade gelooped hatten. Jetzt kannst du den. Ich renne hoch. In meinem Zähler war so viel drin. Okay, nice. Dann haben wir es wieder geholt. Ja. Naja, ich bringe das schnell weg. Ich brauche eh eine neue Rüstung. Ich brauche mir eine angewöhnende Ersatzrüstung mitzunehmen. 55er Rex. Na, Tame, nimm mit. Ja, ich bin aber irgendwie am Arsch der Welt, glaube ich. Na, geht eigentlich noch. Dann ist er auf dem Rex oben, Alter. Soll ich den zählen oder nicht? Ja. Ja, klar. Du fährst Fisch-To-Talk. Der kann nicht während des Wettens reden. Warte, warte mal. Ich löff der Granate. Alter, ist die Granate weitgeflogen. Ich bin bis zu mir hergeflogen. Was? Da zu Fuß hin? Flut, fightet hier auch los, Alter. Da, guck mal, die Brücke da oben ist designend. Bei der normalen Brücke. Ja. Ja, gleich. Du bist da bei der normalen Brücke da oben, ne? Ja, bei der Betonbrücke. Ja, genau. Da, wo die zwei dicken Peller dran rüber sind. Ah ja, ich weiß, wo die sind. Ja, von hier aus kann sich das sehen von uns aus. Ja, klar. Alter, da ist doch der Teleporter. Warte noch bereit, scheiße. Wollen wir da mal helfen gehen? Wollen wir da rüberflattern oder was? Zu Fuß? Wollen wir nicht. Ich pack Granate mit. Beginn mal. Ja, aber ich will Korn hier nicht alleine lassen. Kein Wok, dass du einen Angriff mehr hättest. Der bleibt nicht hier, geh du da hin. Ich bin ein Spiel an die Treffte, Alter. Da in einem einen Ding fehlt Spuff, Alter. Ja, ich komme nämlich auch nicht mehr drauf. So, bei einer natürlichen Brücke, da? Ja. Die hier, wenn du von hier aus, von der Plex ausguckst, solltest du eigentlich sein. Ich weiß, wie, der denn? Ja, genau da. Und wo dann da? Auf der Schnee-Seite oder auf der anderen Seite? Äh, so. Äh, anderes hätte. Hier ist kein Schnee. Okay, und dann... Aha. Die Granaten waren auf Rex und 140 Schaden, gell? Die Sau, ey. Ey, Sasuna, musst du so werfen, dass du einen Reiter erwischst. Ich weiß, aber dann mache ich nur 36 Schaden. Der war scheiße. Einfach einen Anknall. Ey, warum? Ey, das... Dann müssen wir doch auf Rexe setzen, sonst können wir ja nicht verteidigen. Obwohl, wenn die mit Rexen zu uns kommen, in der Zeit haben wir die runtergesniped. Also eigentlich können wir doch auf euch hin. Vor allem, weißt du, ich betolbe gerade den Rex und Matze oder Loco spawnen direkt vor mir und für Jomia 1 und ich schieße natürlich voll das für Jomia ab. Ja, süß. Boah, yo, hier oben sieht man gar nichts, alles weiß. Okay, Leute, ich komme jetzt da hin. Jetzt gleich da bei der natürlichen Brücke und dann rechts rum, ne? Ja, ich bin... Da stehen zwei Tiere von uns. Ein Kanu und ein... Ja, lass stehen. Ich habe nichts, aber Stecker. Ja, ja, ein Kanu und ein Saber. Da oben sieht man ja gar nichts auf dem Weg. Ich schieb da nichts, das soll ich wegnehmen. Der soll aber irgendwas angreifen jetzt hier, der Penner. Ich bin jetzt bei der Brücke. Markus, was machst du da? Ich muss sagen, wir haben... Ja, ich slipe den Typen runter, der hat keine Brusten an. Ja, okay, hier stehen zwei... Hier steht Fabi. Fabi, wo lang? Äh, wo bist du... Hast du dich jetzt auf den Kanu gesetzt? Ich habe ihn runtergesetzt. Ich habe ihn runtergesetzt. Wo bist du? Hier, hier, hier. Einfach hier. Nein, 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 Rex. Oh Mann. Die Leute, du musst ja runter snipen, Alter. Wo seid ihr da? Weil Brücke, wo wir drüber sind. Und hier oben ist auf jeden Fall... Ist der ein Base, ne? Und hier unten da vorne, glaube ich, ist Marco, wenn Loop dorthin läuft. Irgendwas sind die Aufnahme, Leute. Hallo. Ja, ich habe den Rex jetzt da. Ja, bist du was? Am Kanu, das ist schon. Ich glaube, das ist Loom. Das ist schon für den Aufgehen nach oben. Wo ist Marco? Ja, das mag ich auch, Alter. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich bin vor der Base. Wo ist da der Aufgang? Vor unserer Base oder vor der? Vor deren Base. Ja, und weißt du, ob irgendwo... Aufsprengen, aufsprengen. Ich habe keine Granaten mehr. Das ist... Ich aber. Ob irgendwo am Grün-Rubelisten Teleporter ist. Nein. Ich habe die Liste in die WhatsApp-Rubelisten. Oh, die snipen jetzt alle auf mich. Ah! Wo ist denn die Scheiße aufgang? Ich weiß. Ich weiß. Ich bin direkt am Grünen und da ist halt ein 58er Rex jetzt gleich down. Ja, guck mal auf die Liste, die ich in die Gruppe geschickt habe. Da ist der Kulinadenvergleich. Ah, die ganzen... Die ganzen Spieler kommen runter. Ah, die ganzen Spieler haben wieder auf die Rexe... Oh Gott, ich muss jetzt weg. Oh Gott. Mann, das hat gar nichts gebracht, dass ich den Spieler runter gesnipet habe so. Ja, weil auch keiner weiß, wie wir da hinkommen, wo du bist. Ja, nein. Weil ich halt nicht looten konnte. Die brauchen wir jetzt ja nicht angreifen. Wir haben ja andere Probleme. Ich weiß jetzt, wie wir da hochgehen zu denen. Die haben wir da auch so gebaut, dass man da einen 1-1 aufgewertet hat. Da gibt es halt so viele Spots, oder? Wir können halt sogar viel, viel länger drauf auf uns snipen, während wir da hochrennen. Echt? Ja, weil die nicht so weit oben sind. Das ist ja ganz mal doof her, oder? Loop, ja, Loop hat mich gefunden gerade. Ich weiß nicht, aber wo ist der Aufgang hier? Was? Wo ist der Aufgang? Wo ist der Aufgang nach oben? Was, Aufgang nach oben? Ja, auf der anderen Seite. Wolltest du jetzt da hoch? Ja, klar. Habt ihr Dinos? Ja, wir haben geschossen. Kriegen sie wieder. Hallo, hast du dringend hier? Ich hab schon zwei Fächer leer gemacht. Ja, ich müsste auch. Du hast du nicht. Von was krieg ich nicht auf rein? Was war denn da rechts? Was war denn da rechts? Stego? Nein, das ist kein Stego. Kanu, zum Beispiel noch. Ey, Loop hast du was zu trinken? Ne. Ich hab was zu trinken. Drei Kanus, aber durch die Schaffe. Ne, das hab ich ja verloren beim Facken sterben. Echt? Das ist Stego. Ich bin ein paar Dursten, wegen der Schleuskuhl-Camp. Hier, hier weiter. Da oben schießen sie immer runter, vom Bergschießen sie immer runter. Und da oben, also da hab ich einen gekillten Typen, da liegt seine Leiche. Ah, ich sehe ihn im Basel. Da haben sie grad gelohnt. Die haben grad aufgemacht. Die haben grad aufgemacht. Die haben grad aufgemacht, weil sie ihren Wechsel reingelegen haben. Habt ihr, habt ihr, habt ihr Granaten? Ja. Rein und auf die Base. Rein auf die Base. Kommt sie ab. So, so. Kommt sie. Kein Wasser. Ich werd gleich angehandelt. Ich lade keine Kaminer. Dann gib mir die, gib mir die Granaten. Und du den Raptor. Ja. Wir sind im Raptor drinnen. Wo ist denn dein Base? Ja. Ja, da komm ich ja nicht mal in die Base rein, halt. Da sind die Rechse von denen, siehst du. Ja. Ja. Hast du mit Loop, oder? Ich bin ja genau rechts von dir. Ich hab mich noch ein bisschen bedeckt. Der kommt da, ne? Einer, zwei, eins. Einer ist am Dach. Schöner, komm an. Nice. Wir haben hier einen Saber. Ich hörte mal den Saber hier. Wow. Hat der einen Saber gekillt? Wow. Der Raptor ist fast tot. Nach einem Hit mit der Longneck. Nee, der war schon tot fast. Ey, keine Ahnung wie man da hochkommt. Der Einer offensichtlich hat zwei Endplatskassieren müssen. Dann hol ich ihn. Oh, ich bin schon oben. Hier baut sich einer hoch, mit Leiter. Hä? Wo hoch? Ja, weil ich hab's neuer. Ich seh's gerade. Bei unserer Base? Ja, ja. Oh, loll. Ich werd sterben. Okay, Leute. Rückzug zurück. In der Base. Junge, wieso gehst du da auch rein? Ja, keine Ahnung. Da steh auch. Hey, los, zurück. Warte mal kurz. Vielleicht haben wir das ja noch ein bisschen schärfen hier. Ja, Digga, Junge. Ich geh trotzdem zurück, wenn ich da wär, versuch loszubauen. Guck mal, wer das ist. Dann wissen wir eh, ob's ernst ist oder nicht. Guck mal auf den Drive. Das müsst ihr das immer sofort machen. Der Drive. Wächst. Der wird weh, heißt irgendwas. Warte. Äh, neu. Hey, wer hat mich runtergekriegt? Die Skorpione. Hey. Ich hab das überlebt. Okay, Backstribe bei mir. Ein Karno wieder tot, ne? Wir müssen wieder treten. Ja, das... Ich hab einen von denen noch getötet gerade und dann bin ich durchgezogen. Pistol, Heddy auf freien Kopf 300 Schaden. Er hat aber nichts zu tot dazu. Oh, ich hab den einen... Ja, ich hab auch... Ich hab zwei Leute... Nein, da kommt noch einer hoch mit der Treppe. Ja, was macht denn die bei uns sogar? Hier sind die, die sind unten. Die sind unten. Äh, bitte... Ich... Halt Stopp! Halt Stopp! Halt Stopp! Halt Stopp! Halt Stopp! das war auf die Titels oben auf der Treppe der Leiter immer das? Was war das für ein Kamer jetzt da? gleich fällt er runter... Oh jetzt hat er schon gezogen erst nach dieser Zeit Leute schießt den normalen Mann! Wie kann denn Spieler eine komplette Kleider hochlassen und jetzt noch überparaschuten zu uns? Alter Alter! ist da keiner oben? Seid ihr nur da unten? Seid ihr alles da unten, oder was? Nee, Conny ist da oben, oder? Habt ihr zwei Stunden in dem Game, oder was? Danke, Ronny. Junge, gehen da sechs Leute runter, um da scheiße Dings zu sprechen. Meine Fresse. Alter, ich bin guter gegangen. Ich dachte schon, Conny schwechtelt, weil vorhin beim Angriff bei Kingdom, ja, ich muss mir jetzt ne Waffe holen, so. Du musst dir ne Waffe dabei haben, so. Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir ihn weggemacht, oder? Was denkt der sich, oder? Jetzt, vor allem, der rennt hier rum und sagt, Ich tu nix, ich tu nix. Aber, ähm, Lern, ich hab meinen Loot wieder zurückbekommen. Echt? Ja, ja, ich hab den Typen, er ist, äh, vom Rex runtergefallen, ich weiß nicht, wie er gestorben ist, ich glaub, trug doch mal eine Granate vielleicht. Haben wir noch, haben wir noch Tore? Nee. Wollen wir nochmal hier Waffen, meine Waffen zurücklegen. Eine Shotgun hab ich zurückgekriegt, die Longleg- Okay, Dinsen fehlen. Ey, Leute, wir sollten am Rand oben einmal ringsrum Pillar setzen, dann könnt ihr's, obwohl, dann könnt ihr's trotzdem nochmal. Da hoch bauen, aber das fällt dir immer auf, wenn wir zuhause sind, aber das war, wir waren halt nur zuhause, so. Nicht alle, halt. Alter, geh dir mit dem Sack! Hier, du! Ey, mir wurscht, wer du bimmst, Alter! Bimmst die Bimmst! Oh, Mann! Ja, du bimmst, ich bimmst dich weg! Ab ihn! Wurscht! Ja, er so, ich bimmst! Ich bimmst! Ich bimmst! Ich bimmst dich weg! Ich bimmst dich weg! Es bisschen in der Hose, ey! Ich glaub, der hat so viel Pizza mit's geschossen. Ey, Bims sagt ja jedes Sau, ey. Ja, die Bims. Oh, ne.